Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steilers wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steilers war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Maradyn, sie ist mein Befehl, durch das Leipzlust. So weit ist das Alte und Geld rum. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ist das Feiglinge, verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lübe hielt! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um daran alle Höhenoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin!